Moin, Klaus-Dieter! Schön, dich mal wieder in der Stadt zu treffen. Wo wollt ihr beiden denn hin? Ein Motorsport-Kars. Wir haben doch einen Termin. Was? Dafür machst du dich extra auf den Weg? Hier! Meine Beraterin und ich machen alles am Handy. Ist doch viel einfacher. Nee, nee. Hör mir, ob mir das geht. Ich mag das selber persönlich. Tschüss. Tschüss. Komm, Max. Komm. Guten Tag, Frau Madens. Hallo, Herr Hansen. Schön, dass das heute geklappt hat. Wie geht's denn Ihrem Hund? Du Leve-Tit. Das wäre so ein Bimmelabberat. Ich kann das nicht mehr. Ich glaube, das ist Ihr Handy, was da klingelt. Ach, was. Das gibt das doch nicht. Erika? Ich bin gerade hier in der Sportkasse. Einfach für dich da. Individuelle Beratung vor Ort und feste Ansprechpartner. Du entscheidest wann und wie. In über 28 Filialen der Sparkasse Südholstein. Jo Mal Marcellus Gold. Jetzt müssen Sie eigentlich ganz schön Nurses sehen.